Hallo meine Lieben, mein Name ist Renata Schäppmann und heute möchte ich euch ein Geheimnis lupfen. Demnächst gibt es ein Seminar mit mir, wo wir nicht mit dem Pinsel künstlerisch tätig werden, oder kreativ werden. Wir werden auf eine andere Art und Weise kreativ sein. Viele von meinen wunderbaren Online-Seminarteilnehmern aus letzten Jahres erfolgreich und so viel Spaß gemacht hat mit euch, haben mich gefragt danach, wie machst du denn das, wie bringst du das überhaupt hin mit den ganzen Online-Themen, mit Social Media, mit Instagram und, und, und. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige es dir, wie ich so eine wunderbare Community, wie ihr seid, aufgebaut habe. Ich möchte mich bei dir persönlich, bei jedem von euch bedanken für eure Treue, für eure wunderbare Inspiration auf Social Media und deswegen habe ich mir ein super Programm überlegt, den ich gerade dabei bin, hier in meinem Atelier für dich zu drehen und da gibt es, da geht es um deinen Erfolg auf Social Media. Wir werden an deinem Erfolg als Künstler auf Social Media arbeiten. Über deinen Social Media Account drüber gehen, uns mal alles genau anschauen, auch anschauen, was notwendig ist, um einfach erfolgreich auf Social Media sich als Künstler zu präsentieren. Wir werden ja auch eine ganz normale Beispiele aus dem täglichen Leben uns anschauen, aus meinem Social Media Profil. Ich verrate dir all Tricks, ich zeige dir alle Ecken und Kanten, ich beantworte dir viele Fragen und ich hoffe, du wirst am Ende genauso erfolgreich sein, wie ich auf Social Media. Freue dich drauf, es wird spannend, es wird lustig, es wird aber auch ein bisschen Arbeit geben. Und wir werden auf andere Art und Weise Künstler sein, aber nicht mit Pinsel vielleicht. Ich freue mich auf dich, bis bald! Ich freue mich auf dich, bis bald!